Ich hab 12 Leute, oder so geht's. So, ich wollt grad sagen, momentan wird's gehen. Nee, du bist ja schon wieder hier, Madden. Oder noch. Nee, ich hab uns das falsche Team gewachsen. Habt ihr alle zu uns gewachsen? Nee, bin durch. Weil das andere Team angeblich größer ist. Das ist wieder so ein Server, der keine Mathe beherrscht. Ja, es geht auf die Größe und... Ihr seid weniger. Das ist beschissen. Ihr seid weniger, das braucht ihr selber aber nicht. Deswegen... Können Arsch. Jetzt sind wir weniger, jetzt schauen wir mal. Nee, ich hab's grad schon probiert, dass wir weniger sind. Oida, wie lange will diese scheiß Schaberin noch anvisieren, ey? Ruhig, Ruhig. Ich brauch damit noch einen Knie. Ja! Wenn ich schäume, schäume ich beim Hacken direkt, der würde ich stehen! Uit ist noch ein Knie. Grazie. Wenn der Malin kommt, er genau dort ist der Malin. Malin kommt nämlich. Es wird nicht gehen, es ist wie auf dem einen Favorit-Server von euch. Ja, ich will nicht suchen, sondern uns selber. Genauso wie wir das seit drei Runden machen und es nicht geht. Das geht sicher nicht. Ja, was soll ich machen? Wir stehen hinten und haben keine Fahrzeuge. Die sind gerade an der freunde Entdeckung. Man, das wurde böse für euch, kann ich jetzt schon sagen. Wir haben euch jetzt schon so weit zu tun. Gut, sag ich schon. Da fliegt die erste Chevrolet abends vorne. Keine Mut mehr für die Chevrolet. Weiß mit C4 in unsere Base fahren und uns sprengen. Ja, das ist geil. Da, Schleswig. Sehr schön. Ja, ich suche mit dir dabei und selber. Ich bin dabei. Ja, aber nach der Runde hast du, oder? Ja, ich... Ich möchte jetzt schon noch gewinnen. Mach das. Ich brauche immer länger, um zu suchen. Schleswig. Mein Bruder hat ja nicht gelernt, Mixed-Mode-Server zu spielen. Ja, der Call Chief, eine Frau! Ja, ich bin der erst. Nee, der ist zu blöd von Bravo. Der ist da. Ich bleib da bei meinem Freund hin. Guck mal auf die Karte, wie das aussieht. Wake or die. 30 von 40 Spielern. Large maps only. 4 net players. Mixed. 40 Spieler. Ja, von mir aus. Mir ist alles recht. Ja, von mir aus. Mir ist alles recht. Ja, muss es Rush sein für alle, oder? Nein. Ja, das wäre auch... Das wäre auch... Das wäre auch Caspian, Carl, Firestorm, Rush, wenn ich... Ja. Ja. Alles klar. Muss ich mal anders mit meinem Bruder spielen, weil der Mark Rush doch nicht so... Er ist noch so ein Noob. Der führte mal Zappenschuss. Was ist mit deinem Cousin? Nein, nein. Diesmal rede ich von meinem Bruder, der hat sich jetzt auch Spiel gekauft. Der ist bei euch in Wien im Übrigen. Oh! Bei euch sagt bitte nicht. Ja, wie, Martin. Gibt es sowieso einen von dir, oder wie? Ich sehe, von mir gibt es sogar noch zwei andere. Oh je. Nee, war war Spaß. Ja, also... Ich hab nie genug Martin gefehlt. Qualität auf kleinsten Raum. Das habe ich. Jetzt hörst du zu deiner Freunde in der Uhrse. Ohhhhh. Ohhhh. Was ist denn da? Da muss ich ja meine Button-App jetzt auspacken und kommentieren. Ok? Was ist denn da? Ja! Hast du denn da? Ich hab dich da. Ja, sie kennen sich ja auch nicht über zwei Mal. Du hast gestartet zum Ausdruck. Habt man da gut wegbekommen? Ampli ist zwei ausgeschrieben. Ja. Welches Squawk-Turf braucht man, damit der Javelin mehr Raketen hat? Explosives. Ah, okay. Ah, cool, scheiße, wir haben mich auch. Na ja, aber... Muss mich... Ich hab einen alten Axen. Komm in Frieden. Wie wär's, wenn wir einfach... Hast du einen Lern-Server gesucht, den wir warm spielen könnten als Team? Könnten wir auch so suchen, dann wechseln wir. Ja. Na, aber jetzt bin ich mal nicht am richtigen Squad. Na, aber warm spielen können wir auch. Ob, wo stehst du eigentlich, du Sack? Ja, dort wo ich gespawnt bin und da wo ich nicht weiter vorkomm. Ah, die erste Crash schon durch. Ah, scheiß Ballme. Spotzl ist neben dir einer, der sehr nervig ist. Ja, ich habe nicht wegen dem Rauch. Nehm. Freude, hab doch einige...